Ich hab nicht alles geschafft. Ah, die ist noch von letzter Runde. Ich hab leider nix bekommen. Ich hab ein Item, glaub ich, nicht aktiviert. Ich hab direkt Arcade-Launched und zu Anfang, so lässt sich's doch leben. Ah, ich bin in meinem Erknall. Single Ray Grenade rein geflogen. Mama! Nein, 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 nein. Was? Nein, mein Double-Jomper am Chargen. Nein, ich bin direkt gestorben. Rolli hat einfach mal 170 Prozent. Ja, das war's mit dir. Tschüss. Ja, tschüss. Gleich, wenn ich hier raufgehen soll. Rolli hat ne Single-Leauty. Nein. Boah, das war schon ein bisschen... Nein! Habt ihr nicht gesehen, Mann. Dein Scheiß. Dreck an deinem Leben, Mann. Suiko! What the fuck, Dude. Reißluke-Leauty, sei mal wieder da, das ist wunderbar. Das wäre herrlich. Nein, 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 gebraucht sie! Nein, 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 nein. 比如self-Leauty, ne employee-Leauty. Tim, stirb. Tim, stirb, fuck. Immer gehen alle auf, Tim. Warum nur? Es sichu komm schon zu ran, obs Veterans gebrauchen wird. Nein, ist alles kaputt! Nein, ist schon wieder! Komm, 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 komm! Hey, ich bin bei der Lobby! Seht ihr mal! Seht ihr mal, wo ich bin! Nein! Guck mal, ist doch rot! Ey, es braucht ja keine Sachen mehr, ne? Die fallen alle in den Abgrund! Das ist zu beleidigt! Alter Scheiße! Aber ich würde auf einen Rockelflauen fallen! Ich bin auf der Lobby vorher gelandet! Regeneriert sich die Map überhaupt? Nein! Ich glaube, das hat aber rausges... Du bist mit einer Bombe in die Luft geflogen, kann das sein? Ich bin tot! Oh, ja, oh! Aber man hat einen schönen Ausblick von hier oben! Die Map wirkt zu klein! Nein! Ja, wie bist du? Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Nein! Oh Gott! Ich dachte schon, ich sterbe, deswegen so was lehnt! Ich bin tot! Tschüss! Oh, nein! Weh zum Teufel! Ich muss sagen, Krimo macht es nicht unbedingt! Ah, Schiss! Dankeschön, Squash! Du spawnst über meine Alten! Jetzt ist es runtergefallen wie wir! Squash hat die Rocket Launcher! Das logisch! Nein! Squash, du fickt der Wix in der Hohen! Ich bin auch gestorben! Du bekommst einfach die Erks nur Aggression! Ja! Ja! Das geht schon! Alle auf Crafting, Tim! Er hat immer noch Meister Leben! Nein, nein, nein! Ich hab noch ein Leben noch! Ich hab mich grad runtergehauen! Tim hat Meister Leben, alle auf Tim! Ich hab mich grad runtergehauen! Ah! Oh! Oh! Mama! Nee so, Instant 200% hat er! Nochmal auf Tim hat Meister Leben! Alter, die Maps sind total cool aus, schon da! Super! Ja, ne? Das sieht ganz nett aus! Ganz schön! Ja! Ein paar Löcher, aber... Warum hab ich mich grad jetzt East in 200%? Weil ich mir Smasher gegeben hab! Ich hab mir den Smasher auf dich draufgehauen! Was soll ich spawnen erst mal? Ich wollte nicht den Smasher! Was ist denn? Glaube, glaube du machst mich nicht. Nein! Das war aber knapp, mein Herr. Das war sauknapp. Oh no, nein! Ja, jetzt hab ich die raus. Jetzt hab ich die raus. Nein! Wie ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist gestalt, ey. Ich komm zu dir nach Hause. Mach dein Leben kaputt. Kaputt. Ja, ich flieg aber nur hoch. In die Singularity! Nicht getroffen. Zweit. Warum hab ich... Wieder so viele Prozent? Nein! 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 Gut, dass du da runtergefallen bist. Sonst wär ich da reingelaufen, ey. Vergiss dich. Scheiße, du! Okay, das wird jetzt interessant. Boah, bin ich behindert. 200% gegen 15. LOL! Jetzt steht hier, your party is too big for the map, ne? Nein! Nein! Ich will map changen. Ja! == Nein! kita- Euch schon. Ich will map changen. Er liebt, er liebt, erlebt, verdienten. Do tudo! Alter, mich mit meinem eigenen Zimularity Grenette auf die Lobby da gekickt. Warte, ich will map changen! Investigative hat in ein paar Zeit zu big. Eben, komm, denn jetzt nicht... Nein! Werde total zu lieben, filosofisch! gesagt noch mal noch bei der Welt weil sie mehr kennt gar nicht nur eine andere März nur eine andere März die sieht die interessant aus und jetzt alle ITEMs zurückgesetzt ja dann es ist es nur ein hattenskonten starten das schaffe ich nicht da schaffst du schon Sebo du schaffst das das klang gleich Little Game es gibt ich habe es gefühlt so ist Prozent Prozent nicht zirksames Schaue gerade neu ist Leckrat ist aber das soll ich vor allem so wie ich habe es auch so die was das ist bei der schaffte und spielte junge warum bin ich nicht mit euch drin aber wenn ich ja verblühter er war erlaubt es ist für die mitteilter dieses bis Prozent ich habe mich alle mit Kostmann allerdings rausbekommen nicht was man als die Gaini mit dessen und die Kräfte der Anwurteid sporen stattdessen als Prämien auf diese Map Nein, bekommt man nicht hoch Alter, da kommt man nirgends hoch Ja, ist wirklich so, man kommt irgendwie nur runter Doch, man kommt in der Mitte hoch Ah, ich hab ein Item-Milie vorbei, ne? Oh my god Die gibt's irgendwie keine Item-Milie Ja, ich hab' uns gefunden, oder? Wie kommt man denn hier hoch? Also, ich find' die Map ist jetzt nicht so prickel, ne? Ja, das ist abfuckend Das ist richtig scheiße, die mir Ja, das wird ewig dauern die Wunde, ich seh' schon Ach, sie ist gut gemacht eigentlich Gut gemacht, da Nur das Problem ist, man kommt hier wirklich nicht hoch Ich glaub, das wollten die nicht Nee Ja, toll Hat mal was kaputt gemacht, ne? Nee, ne, ne, ne Nein, da hab ich voll im Bock Papa Papa Ich wollte es noch anhitten und sagte es auch Nee, ich rette den Wir hätten lieber so Oh, oh, wir haben schon die Wand Ich bin hochgekommen Ich bin hochgekommen Einfach, wenn die Wand kaputt war Ich bin hochgekommen Ich bin hochgekommen Ah, danke, ich wollte hier rein Ich bin nach hochgekommen, aber frag mich Du bist du in der Welt zu prämen bist Nein Hey, wir alle doch wichtig gehen Hey, wir alle doch wichtig gehen Ich komm hoch, ich komm hoch Ich weiß nicht, ich weiß nicht Das Tim Das Tim, das Tim bis morgen Das Tim, das Tim bis morgen Auf begekommen Auf begegnen Auf begegnen Und ich douche Auf begegnen er doe Überlöscher! Du Rennsohn! Du Rennsohn! Das war gerade so lächerlich! Ich will so stricken! Fuck! Nein! Alter, ich hab 237 Fuss! Scheiße! Scheiße! Nein! Ja! Ins Loch, Alter! Genau einer! Ruhig dich, Junge! Ich bin ruhig! Ich bin ruhig! Oh nein! Tschüss, Tim! Nein, ich werde nicht sterben! Doch! Ja, doch! Er hat kein Doppeljumpf mehr, er hat kein Doppeljumpf mehr, er hat kein Doppeljumpf mehr. Er hat zum Glück hast du nur drei Leben eingestellt. Tschüss! Nächstes Mal macht er die Explosive für fünf Leben, das wird. Tschüss! Er hat dich ja vor, aber das wird Genital. Nein, nein, mach mal! Man kommt da auch, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme, aber ich bin da auch gekommen. Na warte! Doof! Heigesau, ich mach dich kaputt! Hey Tim, komm zu mir! Ja, man kommt da auch, ihr müsst euch einfach hochbanken. Oh Mann, Tim! Kommt da in der Ecke! Was soll das? Entschuldigung! Ich bin oben, ich bin ganz oben! Voll verwirrt! Mach's kaputt! Ja! Ja! Ich hab's schon wieder, er will! Hä? Ja, warum wollt ihr da ne Bombe? Der kommt einfach mal ne Bombe reingeflogen, ist klar. Nicht mit mir, mein Freund! Nein! 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 Alter, bin mir jetzt gebuckt! Fuck! Victor, du gehst hier nicht hoch! Doch! Moment, das letzte schon! Du hast einfach mal 300% okay läuft da hier! Ja! Ja! Ja, wieder weg! Geht schon! Auf Kraft! 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 So ein letzter Verzweiflungsschreise! Ich schumpf! Tim! Digga! Oh! Alles, was ist hier lächerlich! Oh! Squash hat die meisten Leben, alle auf squash! Nein! Ich hab jetzt die meisten Leben! Wo hast die meisten Leben, du weißt? Man geht auf mich, weil ich die meisten Leben habe, ihr geht auf mich, weil ich die wenigsten Leben habe, dann geht ihr denn mal nicht auf mich? Ich gehe immer auf dich, weil du eine Frau bist. Weil ich die einzig wahre bin. Der einzige wahre war es. Ich auch ganze Zeit. Oh, das wird schissiert. Ja, er hat 400% und er kann kein Lockback, man. Ich fange einfach hier so ekelhaft. Er hackt. Hacks, okay. Ja, fuck, ich komme da nicht weiter hoch. Ich habe noch einen Lockdown. Alter, ich kriege mehr Rückstoß als ehrmützigst. 30%. Singularity, Mama! Bist du reingefallen? Nein, nein, nein. Aber fast. 500%, jetzt stört der Mann! Nee, hör mal weg! Alter, ich bin dahin wo unten. Oh, wo? Nein, 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 nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, ich habe überlebt. Du Spinner. Was? Frau ist mit dir? Frau. Nee, Zeebo. Nein! Zeebo sagt 1 über 2 Leben. Ja! Nein! Ah, jetzt! Nein! Ja, ich habe Zeebo gekillt! Das Ding, was du noch war, hast du gesehen? Ja! Nein! Ich komme nicht hoch! Das ist so ekelhaft! Mach es, Süßchen! Oh! Oh, fuck! Ah! Okay, ey! Hä? So, jetzt. Warum muss mein Double-Jump eigentlich die ganze Zeit chargen? Lass ihn schicken! Oh! Ah, fuck! Nein, jetzt habe ich zuhause! Mama Mia! Die Web ist dabei! Nein! Ja! Zebo gekillt! Ich habe Zebo gekillt! Ja! Mama Mia! Mein Leben macht Sinn! Ich bin ganz oben! Wow! Scorch! Scorch! Nein, nein, nein! Ich habe schon Zebo gekillt! Nein, 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 nein! Oh! Ja, jetzt bist du raus! Komm, jetzt bist du raus! Scheiße! Ah! Jawohl! Hä? Haha, scheiße! Ich spasse das! Ich spasse das! Bist du Pisskill? Ich spasse das! Du Hurenso! Ich habe mir eben... Ich war doch am Leben! Ich habe mir eben... Ich habe mir eben erst Präsen gekauft! Ich wusste das nicht! Ich stelle mal alle Items ein, Mann! Mach ich grad! Haha! Mach mal was Vernünftiges in deinem Leben, ey! Zeug mal Kinder oder so! Ich wusste noch grad... Ich wusste noch grad... Ich wusste, dass es nicht war! Ja, okay, das ist nicht vernünftig, ne? Seine Spastiken weiterzugeben, ne? Ja! 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 Ja!